Die Lohnerwerke sind eine Wagen- und Waggonbaufabrik mit Sitz in Wien-Donau-Stadt, die heute zum kanadischen Bombardierkonzern gehört. Hervorgegangen aus der K.U.K. Hofwagenfabrik Jakob Lohner, die unter anderem luxuriöse Kutschen fertigte, stellten die Lohnerwerke ab der Jahrhundertwende vorwiegend Motorräder, Lastkraftwagen und Autobusse, aber auch Straßenbahnen und Flugzeuge her. Lohner war eines der Hightech-Unternehmen der österreichisch-ungarischen Monarchie. Das erste Hybrid-Elektrokraftfahrzeug der Welt war der Lohner Porsche. Geschichte Gegründet wurde das Unternehmen am 18. März 1821 von Heinrich Lohner, einem Wagnermeister, der vor der Einziehung in die französische Rheinarmee aus Deutschland geflüchtet war. Er fasste in seiner Fabrik die bisher einzelnen Wagenbaugewerbe zusammen. Sein Sohn Jakob Lohner war ein Wagenfabrikant von Weltruf, spezialisiert auf Luxus- und Ambulanzwagen. Er arbeitete zuvor beim Sattlermeister Ludwig Laurenzi. Nach der Meistererkennung schlossen sich Ludwig Laurenzi, Jakob Lohner und Josef Neuss am 31. Dezember 1851 zu L. Laurenzi und Komp. Zusammen mit dem Ausscheiden von Neuss firmierte das Unternehmen als Laurenzi und Lohner. 1857 heiratete Jakob Lohner Luise, die Tochter von Ludwig Laurenzi. Ihr Sohn Ludwig wurde 1858 geboren. Nachdem Ludwig Laurenzi 1859 starb, übernahm Jakob Lohner das Unternehmen. Auf einer Skandinavienreise wurde er am 21. April 1860 per Dekret zum königlich-schwedischen Hoflieferant ernannt. Jakob Lohner und sein Schwager Josef Brauner ebenfalls im Wagner-Gewerbe, schlossen sich am 31. Juli 1868 unter dem neuen Unternehmensnamen Jakob Lohner und M. Komp. Zusammen, mittlerweile produzierte das Unternehmen fabrikmäßig 300 bis 500 Wagen. Ab dem 21. August 1876 durfte Lohner den Titel eines K. U. K. Hofwagenlieferant führen. Er war ebenfalls königlicher Hoflieferant von Schweden, Norwegen und Rumänien. Das Gelände in der Servietengasse 19 wurde zu klein. Die zunehmenden Exporte erforderten eine größere Betriebsstätte als im 9. Wiener Gemeindebezirk vorhanden war. 1873 wurden bereits 10.000 Fahrzeuge produziert. Die Fabrik wurde nach der Wiener Donauregulierung nach Floridsdorf verlegt, das 30.000 Quadratmeter anbot. Das Direktionsgebäude blieb jedoch im 9. Bezirk in der Porzellangasse 2. Jakob Lohner schied 1886 aus dem Unternehmen aus. Sein Sohn Ludwig Lohner übernahm die Leitung. Er erhielt den Hoflieferantentitel 1892. Unter seiner Führung wurden die Lohnerwerke die größte Pferdewagenfabrik in der österreichisch-ungarischen Monarchie. 1897 durfte Lohner Benzinmotorwagen in Betrieb setzen. Später wurden Elektroautos serienmäßig produziert. Ab 1909 wandte sich Ludwig Lohner dem Flugzeugbau zu und wurde damit in Österreich-Ungarn führend. Lohner war neben Karl Marius und Sebastian Armbruster während der Regierungszeit von Kaiser Franz Josef die vom Wiener Hof am häufigsten beauftragte Wagenfabrik. Am 15. Januar 1918 wurde die Firma in Lohnerwerke GmbH Wien geändert. Zehn Fahrzeuge und zahlreiche Kutschenzeichnungen von Lohner befinden sich heute in der Wagenburg im Schloss Schönbrunn. Zu den Wagen zählen neben einer zehnsitzigen, dunkelgrün lackierten und gelb beschnittenen Mehlcoach von 1876, der 1889 gebaute und 1893 umgestaltete Leichenfurgon des Wiener Hofes und der große Furgon mit Cabriolet von 1898. Die Zentrale und das Archiv des Unternehmens befanden sich in der Porzellangasse 2. Die Werkstätten waren an der Donau-Welder-Straße 75 bis 79 im 21. Bezirk. Im Jahr 1970 wurde in Wien Floretsdorfe die Lohnergasse nach Ludwig Lohner benannt. Der Schauspieler Helmut Lohner war ein Nachfahre der Gründerfamilie Lohner. Automobilbau Als erster Österreicher erkannte Lohner die Bedeutung des Automobilbaus und begann ab 1897 mit fabrikmäßigem Bau. Mit zwei Fahrzeugen nahm er 1898 an der Kollektivvorstellung österreichischer Automobilbauer im Rahmen der Kaiser Franz Josef Jubiläumsausstellung teil, auf der die vier ersten im damaligen Österreich gebauten Automobile gezeigt wurden. Da kein brauchbarer Motor zur Verfügung stand, entwickelte er mit dem jungen Ingenieur Ferdinand Porsche einen Elektroantrieb. Der Lohner Porsche war die Sensation der Weltausstellung 1900 in Paris. Ab 1901 arbeitete man an einem gemischten Antrieb, dem Mixtewagen. In der Zeit nach 1900 begann Lohner auch Obusse sowie Karosserien für die Unternehmen Gref und M. Stift und Steier zu bauen, die keine eigenen fertigen konnten. Flugzeugbau 1909 begannen die Lohnerwerke mit dem Flugzeugbau. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges stellte Lohner 685 Land- und Wasserflugzeuge her. Am Anfang standen einige Prototypen, später bauten sie 36 Exemplare der weiterentwickelten Etrich Taube und ihre erfolgreichen Eigenentwicklungen. Den Lohner Pfeilflieger und die Lohner Flugboote, ein Landwasserflugzeug mit 350 PS. Lohner war in Österreich-Ungarn einer der wichtigsten Flugzeugproduzenten und Entwickler. Mit dem Waffenstillstand von Compiègne war der Erste Weltkrieg im November 1918 beendet und aufgrund der Bedingungen der Versailler Verträge musste, der Flugzeugbau im Deutschen Reich und Deutsch-Österreich ganz eingestellt werden. Zusammen mit den verlorenen Absatzmärkten war nach dem Krieg unter diesen Umständen bei Lohner nur mehr Karosseriebau möglich. Straßenbahn Mit dem Straßenbahnbau begannen die Lohnerwerke nach dem Ersten Weltkrieg, als der Flugzeugbau untersagt wurde. 1926 bekamen die Werke den Auftrag, Straßenbahnwagen für die Wiener Verkehrsbetriebe zu bauen. Damit ging das Wachstum wieder kurz aufwärts, bis das Werk im Jahr 1934 ganz geschlossen werden musste. Im Jahr 1938 nach dem Anschluss wurde es allerdings wieder eröffnet. Neben der Maschinen- und Waggonbaufabrika Giesemaring und der Grazer Maschinen- und Waggonbauaktiengesellschaft, waren die Lohnerwerke die wichtigsten Lieferanten für Straßenbahnbetriebe in ganz Österreich. Seit den 1950er Jahren zählen die ehemaligen Wiener Lohnerwerke zum mittelgroßen Straßenbahnproduzenten. Exporterfolge gelangen allerdings erst seit den 1990er Jahren. In den Werken gefertigte Fahrzeuge verkehren unter anderem in Brüssel, Keuden, Eskische hier, Graz, Innsbruck, Köln, Linz, Saarbrücken, Stockholm und Wien. Bis in die 1990er Jahre baute Rotax für Wien und andere Städte Österreichs nach Lizenzen des deutschen Straßenbahnherstellers Duwag. Motorroller Im Jahr 1959 wurde die Aktienmehrheit am Rotax-Motorenwerk in Ganzkirchen übernommen. Die Rotax-Motoren waren unter Lizenz gebaute Fichtel- und M-Sax-Motoren, die die Motorroller von Lohner bestückten. Das Wiener Unternehmen zeichnete sich als Pionier des Rollerbaus in Österreich aus, auch Mufas wie die Baureihe Sissi genießen heute noch Kultstatus. Er hatte als einziger einen JLO-Motor und keinen Rotax. Der wohl bekannteste Roller von Lohner war der L125. Der Lohner L98 war der erste österreichische Motorroller und ging am 13. April 1950 mit einem Kaufpreis von 4.360 Schilling in Serie. Der Roller war mit einem einzylindrigen Zweitaktmotor ausgestattet, der 2,25 PS leistete. Bei einer Pressekonferenz im Wiener Volksgarten wurde der Lohner Roller der Öffentlichkeit zum ersten Mal präsentiert und erregte einiges an. Aufmerksamkeit. So berichtete die Fachzeitschrift Internationaler Verkehrsbedarf. Eine für Österreich bahnbrechende Neuerung, die sehr wohl geeignet erscheint. Das Straßenbild unserer Städte zu verändern und die unserem Land den Anschluss an eine Entwicklung beschert, die in anderen Ländern, insbesondere in Italien, schon weit vorgeschritten ist. Am 27. Jänner 1953 fand die offizielle Pressevorstellung eines neuen, stärkeren Lohner Rollers statt. Der Lohner L200S durfte als Antwort auf die starken deutschen Roller wie Maikomobil und Heinkel verstanden werden. Sein 8,5 PS starker Motor ermöglichte eine Höchstgeschwindigkeit von 60,9 km pro Stunde. Optional stand ein Leichtbeiwagen namens LB200 zum Kauf zur Verfügung. Vom Beiwagen zum Beiboot. Als die Beiwagenmodelle durch ihre Praktikabilität gute Absätze verzeichnen konnten, konstruierte Lohner eine verbesserte Variante, das sogenannte Beiboot. Dabei waren Roller und Beiwagen nicht mehr voneinander getrennt, sondern verschmolzen zu einer formschönen Karosserie. Dadurch ließ sich einerseits Gewicht einsparen, andererseits konnte zusätzlicher Platz gewonnen werden. Anlässlich der Wiener Frühjahrsmesse 1954, stellten die Lohner Werke den L125 vor und stellten damit dem härtesten Konkurrenten Puch ein weiteres Modell entgegen. Sein unverwechselbares Design und seine Praktikabilität machten den 6,1 PS Startenroller sehr bald zum Verkaufsschlager. In der Zeitschrift Autotouring des ÖAMTC war am 15. April 1956 folgendes zu lesen, der Motor des Lohner ist hervorragend. So etwas an Temperament, Durchzugsvermögen und Elastizität gab es in der 125er Klasse nur selten. Die besondere Form des Bugs hat nicht nur ästhetische Hintergründe. Die Bugwölbung bewirkt weiters eine erhöhte Bodenhaftung, da ein gewisser aerodynamischer Abtrieb entsteht. Dies wirkt sich besonders bei gefährlichem Seitenwind positiv auf die Fahrereigenschaften aus. Obwohl man hinten und vorne eine einseitige Radaufhängung wählte, wurde vor allem die Robustheit des Fahrzeugs hervorgehoben. Weiters lobte die Zeitschrift den versperrbaren Behälter hinter der Bugwand, in dem man kleine Einkäufe gut verstauen konnte. Hierbei handelt es sich um das Nachfolgemodell des L125, das bei der Frühjahrsmesse in Wien im Jahre 1958 vorgestellt wurde. Zu den technischen Neuerungen gehörten das Vierganggetriebe und der größere Hubraum, die Optik wurde nur geringfügig modernisiert. Der L150 erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 85 km pro Stunde und eignete sich durch den 8,5 PS starken Motor besonders gut für Bergfahrten. Dies bestätigte auch die Tageszeitung Express. Mit diesem Roller lassen sich praktisch alle vorkommenden Bergstraßen, einschließlich der Thorach-Erhöhe, bezwingen. Lohner Sissi Das erste Lohner Moped wurden bei der Frühjahrsmesse in Wien im Jahre 1957 unter dem Namen Sissi vorgestellt. Das 50 cm³ Moped mit 1,6 PS durfte ohne Führerschein bewegt werden, während die ungedrosselte Version mit 2,2 PS Führerschein pflichtig war. Als besonderes Feature diente der vermeintliche Tank als abnehmbarer Gepäckkoffer. Außerdem wusste Sissi besonders durch ihren niedrigen Verbrauch zu überzeugen. Im ersten Jahr wurden 3300 Stück verkauft, was zu damaligen Zeiten als Erfolg verbucht werden durfte. Die Fachzeitschrift Motorrad stellte in folgendem Text die verschiedenen Marjul vor. Die nackte Sissi kostet 3790 Schilling. Dann gibt es das einsitzige Moped mit Gepäckdank und Bughaube für 4680 oder man wählt als oberste Stufe die zweisitzige Ausführung mit Spritzwand und Trittbrett. Sämtliche Ausführungen gibt es auf Wunsch mit Kickstarter und Luxusreifen, kurz und gut. Es werden sämtliche Wünsche und Anforderungen, die man an ein solches Fahrzeug heute stellen kann, restlos erfüllt. Am wesentlichsten erscheint es dabei, dass man erstmals auch ein Moped zu zweit fahren darf. Übernahme durch Bombardier 1970 übernahm der kanadische Bombardier-Konzern die Unternehmen Rotax und Lona, die schon den berühmten Skidoo unter Lizenz gebaut hatten, woraufhin sie zuerst in Rotax dann in Bombardier-Rotax umbenannt wurden. Im Zuge von konzerninternen Umstellungen wurde das ehemalige Wiener Lona-Werk auf die Herstellung von Light-Rail-Schienenfahrzeugen spezialisiert und agiert nun unter dem Namen Bombardier-Wien-Schienenfahrzeuge.